Die 6 besten XR Panzerglas Produkte vorgestellt Ich war auf der Suche nach einer Displayschutzfolie für mein iPhone 11 und bin auf das Newsy Panzerschutzglas gestoßen. Ich bin wirklich beeindruckt von der 9H Härte und der ultraklaren 0,33 mm Schutzschicht. Es ist wirklich frei von Kratzern und sehr beständig gegen Überstößen und Schlägen. Außerdem ist es sehr einfach anzubringen und es gibt keine Blasen auf dem Display. Ich würde dieses Produkt jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer zuverlässigen Displayschutzfolie für sein iPhone ist. Ich habe kürzlich die Jetech Fullscreen Schutzfolie für mein iPhone 11 gekauft und bin absolut begeistert von der Qualität und Handhabbarkeit dieser Schutzfolie. Die Installation war wirklich einfach und die Anweisungen waren klar und leicht verständlich. Das gehärtete Glas gibt meinem Handy zusätzlichen Schutz und die Panzer HD Klarheit sorgt für eine optimale Sicht auf das Display. Außerdem hat die Folie keinen Einfluss auf die Hülle meines Handys. Ich empfehle diese Schutzfolie jedem, der eine zuverlässige und einfache Möglichkeit sucht, das Display seines Handys zu schützen. Ich habe die Omaton Schutzfolie für mein iPhone 11 gekauft und bin sehr zufrieden. Die Positionierhilfe hat mir das Auftragen der Folie sehr erleichtert und ich hatte keine Probleme mit Bläschen oder Luftlöchern. Die Folie ist sehr dünn und beeinträchtigt die Bedienung meines Handys nicht. Auch das hüllefreundliche Design ist super praktisch. Außerdem hält die Folie was sie verspricht. Anti-Kratz- und Anti-Ölauswirkungen sind wirklich sehr deutlich. Ich kann die Omaton Schutzfolie jedem empfehlen, der sein iPhone 11 oder XR vor Kratzern und Schäden schützen möchte. Ich war auf der Suche nach einer Schutzfolie für mein iPhone 11 und ich habe mich für die Amazon-Brand IONO entschieden. Die Lieferung kam schnell und das Paket enthielt vier Schutzfolien sowie eine Schablone, um die Installation zu erleichtern. Die Folie ist sehr einfach anzubringen und schützt das Display perfekt. Es gibt keine Luftblasen oder Unreinheiten und es beeinträchtigt auch nicht die Touchscreen-Funktionalität. Sehr zu empfehlen für jeden, der sein Telefon schützen möchte. Ich bin begeistert von dem Amazon-Brand IONO 3 Stück Panzerschutzglas für iPhone 11 und iPhone XR. Die Schutzfolien sind einfach anzubringen und passen perfekt auf das Display meines Handys. Sie sind sehr robust und kratzfest, was mich sehr beruhigt. Das Glas beeinflusst die Qualität meines Displays überhaupt nicht und ich kann weiterhin gestochen scharfe Bilder und Videos machen. Außerdem ist das Set sehr günstig und ich bin erfreut über das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich kann es jedem iPhone-Besitzer wärmstens empfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Power Theory Schutzglas für mein iPhone XR. Die Anbringhilfe ist sehr praktisch und erleichtert die Montage der Schutzfolie enorm. Das Glas ist perfekt auf das Display zugeschnitten und schützt mein Smartphone optimal vor Kratzern und Schäden. Die Packung enthält sogar zwei Schutzfolien, was ich sehr praktisch finde, da ich immer eine als Ersatz zur Hand habe. Ich kann das Power Theory Schutzglas definitiv weiterempfehlen, es ist sein Geld wert. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.